Herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten aus dem Burgenlandkreis, hier im Programm bei Ihrem Lokalsender BLK TV am Freitag, 23. August. Und hier die Meldungen. Der Festumzug des Weißenfelser Stadtfestes findet in diesem Jahr am Sonntag um 10 Uhr statt und startet am Märchenbrunnen in der Neustadt. Auf seinem Weg durch die Straßen von Weißenfels präsentiert der Umzug zahlreiche Gruppen und Darstellungen, die die Vielfalt der Stadt und ihrer Umgebung widerspiegeln. Der Festumzug führt vom Märchenbrunnen über die Merseburger Straße, Friedrichstraße, Nikolaistraße, Saalstraße und Jüdenstraße, bis er schließlich den Marktplatz erreicht. Auf dieser Strecke präsentieren sich mehr als 50 Gruppen aus Vereinen, eine Schule, Musikgruppen, Kapellen, Unternehmen und Institutionen. Insgesamt werden dann rund 800 Teilnehmer erwartet. Entlang der Festumzugstrecke wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die seltene Gelegenheit zur Besichtigung der Fürstengruft unter der Weißenfelser Schlosskirche gibt es am 31. August. Im Rahmen stündlicher Führungen von 10 bis 16 Uhr können Interessierte die letzte Ruhestätte der Herzöge von Sachsen-Weißenfels und ihre Angehörigen besichtigen. Die Fürstengruft befindet sich direkt unter dem Altarraum der Schlosskirche und beherbergt insgesamt 38 prächtige Särge aus Zinn und Holz. Eintrittskarten können an der Museumskasse für 5 Euro pro Person erworben werden. Kinder und Jugendliche zahlen einen Euro. Am 30. August ab 18 Uhr in den leuchtenden Abendhimmel steigen. Der Nordwestturm des Naumburger Doms lädt zum wohl romantischsten Blick auf die Saale-Unstruth-Region ein. Der Aufstieg erfolgt bis zur Aussichtsplattform des oberen Dachgeschosses in luftigen 52 Metern Höhe. Tickets gibt es im Onlineshop des Naumburger Doms oder beim Besucherservice. Die Tickets kosten 12 Euro pro Person. Zum zweiten Mal findet am 29. August in den Zeitzer Klinkerhallen eine Berufs- und Ausbildungsmesse statt. Von 9 bis 16 Uhr präsentieren sich Firmen aus der Region mit ihren Jobangeboten. In Teuchern findet am 14. und 15. September ein Motocross-Rennen um den Pokal der Stadt Teuchern statt. Veranstalter ist der MCC Teuchern. Bereits vor einiger Zeit haben wir bei uns im Programm über die Vorbereitungen eines neuen Musical-Projektes des Vereins Kulturphönix in der Stadt Weißenfels berichtet. Nun findet am 8. September um 10 Uhr ein letztes offenes Casting zu diesem Projekt statt. Wer gerne beim Musical mitmachen möchte, kann sich im Kulturhaus der Stadt vorstellen. Die Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und IT-Sicherheit findet am 27. August um 17.30 Uhr im Friedenssaal des Rathauses der Stadt Zeitz statt. Der Ortschaftsrat Zangenberg tagt am 3. September um 19 Uhr im Bürgerhaus Zangenberg in der Leipziger Straße 14. Und die nächste Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Naumburg findet am Montag, den 2. September um 15.30 Uhr im Rathaus statt. Ein Thema ist weiterhin die Organisation einer öffentlichen Veranstaltung unter dem Motto Sicherheit im Alter. Um Voranmeldung wird gebeten unter E-Mail an gleichstellungsbeauftragte-at-naumburg-stadt.de. Am kommenden Wochenende finden in Naumburg vier Veranstaltungen zeitgleich statt. Das Weinfest, der Töpfermarkt, das Drehorgelfest und die Weinkultur. Dafür erweitert die Naumburger Straßenbahn den Fahrplan. Heute bis 23 Uhr und am Samstag bis Mitternacht. Am Samstag und Sonntag verkehrt die Straßenbahn im 20-Minuten-Takt. Am Samstag von Betriebsbeginn bis 19.30 Uhr und am Sonntag ab 9.50 Uhr bis 17.30 Uhr. Danach fährt die Straßenbahn wieder im üblichen 30-Minuten-Takt. In der Straßenbahn wird übrigens das 49-Euro-Deutschland-Ticket anerkannt. Eine neue Folge unserer Reihe Auf ein Wort steht an. Diesmal haben wir uns mit Bundeswehrgeneralarzt Dr. Bruno Most unterhalten. Die Zeitser Ratballer freuen sich über eine Spende. Das sind nur zwei Themen im aktuellen Regionalmagazin. Wie immer gleich nach diesen Meldungen. Soweit die aktuellen Nachrichten und jetzt geht es weiter im Programm von BLK TV, Ihrem lokalen Fernsehsender aus dem Burgenlandkreis. Dazu gute Unterhaltung und ich wünsche Ihnen schon einmal ein schönes Wochenende.